Hallo Leute! Ja, was geht? Und es geht nicht weiter mit Mass Effect, denn wie ihr hört, hört ihr nix. Ähm, der Sound funktioniert nicht mehr. Ich hab keine Ahnung wieso. Ich hab schon ein Tutorial rausgesucht, das soll irgendwie gehen, aber irgendwie hat's eben nicht geklappt. Ähm... Ja. Äh, keine Ahnung, was hier los ist. Es geht aber nicht, deswegen, ja, kommt heute nicht die Folge 34 müsste es sein, sondern... Boah. Erlässt man nicht mehr, ne? Aber bis es halt gefixt ist. Ich hoffe bald, weil das Game ist halt echt cool, ich mag es. Ich bin auch sehr verwundert, dass es jetzt erst auftritt, nach so vielen Spielstunden, ich hab keine Ahnung wieso. Ähm, ich hoffe aber, ich kann das schnell wieder fixen. Ich mein, ich kann mal gucken, wenn ich jetzt hier, ne, ich speichere mal. Also ich kann mal ein Stück, ich kann mal kurz speichern, genau. Ich geh mal ein Stück weiter. Das hab ich noch nicht gemacht. Und gucke mal, ob's geht, aber... Ne, hab's ja auch keinen Sound. Ne, geht nicht. Könnt ihr vergessen. Nein, ich hab gedacht, wenn mal ein Stück weiter geht, vielleicht geht's dann wieder. Äh, hier könnt ihr auch Optionen gucken. Äh, hier, hier, hier. Ähm, geht nicht. Deswegen, ja, es kommt halt dann wieder, wenn's halt wieder geht. Äh, wenn's, ja, ich weiß nicht wann, es weiter geht. Es geht weiter, wenn's halt wieder funktioniert. Auf jeden Fall, bis dahin, äh, wünsch, ich wünsch euch was und... Wir haben noch andere Projekte und nur, damit ihr Bescheid wisst. Sorry, dass heute um 19 Uhr ein Infovideo kam, statt dass es eine reguläre Folge. Ich hätt's mir auch anders gewünscht. Gut, bis dann, Leute. Haut rein. Ich wünsch euch was. Tschaui.